Guten Morgen Rüsselsheim und Kreisgruß-Gerau, hier ist der Achim Weidner bei herrlichem Wetter und hier ist das Plakat, das Kopfplakat Achim Weidner für Berlin, das ich heute mit meinem Team hier in Nauheim, Rauenheim und in Rüsselsheim sind wir schon dabei, an die Laternen bringen, damit man auch weiß, dass es Alternativen gibt für die Bundestagswahl am 26.09. Besucht mich auf meiner Webseite achimweidner.de, da findet ihr die Facebook-Seite, da könnt ihr bei Abgeordnetenwatch eure Fragen stellen, Kontakte aufnehmen, da können wir zusammenkommen. Wie gesagt, wir haben ein kleines Budget, sind dabei leidenschaftlich, Achim Weidner für Berlin, vielen Dank und der Wahlkampf geht los.